Einleitung und 360 Grad Ansicht Ähnlich wie Canon hat Nikon seine Kleinbildserie in zwei digitale Spiegelreflexkameras aufgeteilt und bietet neben einem Topmodell eine günstigere Einstiegskamera an. Kurz vor der Fotokina 2012 vorgestellt ist die Nikon D600 die Variante für den etwas kleineren Geldbeutel. Als Bildsensor setzt Nikon bei der D600 auf einen 35,9 x 24,0 mm großen CMOS Sensor, der 24,2 Megapixel auflöst. Dessen Sensorempfindlichkeit kann zwischen ISO 100 und ISO 6400 eingestellt werden. Eine ISO-Erweiterung ermöglicht zusätzliche ISO-Werte von 50 und bis zu 25.600. Einen Vorteil gegenüber der größeren Schwester D800 besitzt die Nikon D600 bei der Serienbildgeschwindigkeit. Hier schafft die Kleinbildspiegelreflexkamera mit 5,5 Bildern pro Sekunde knapp 1,5 Bilder pro Sekunde mehr. Der Autofokus der Nikon D600 arbeitet mit dem Multicam 4800 Fokusmodul, das 39 Fokussensoren besitzt, neun davon sind Kreuzzensoren. Die Bildkontrolle ist bei der Spiegelreflexkamera über das 3,2 Zoll große Display mit 921.000 Subpixel und den optischen Pentaprismensucher mit 100% Bildfeldabdeckung und 0,7-facher Vergrößerung möglich. Videos zeichnet die D600 in Full-HD-Auflösung mit bis zu 30 Vollbildern pro Sekunde und H.264-Codierung auf. Die Tonaufnahme übernimmt ein Monomikrofon. Ein externes Mikrofon lässt sich allerdings anschließen und auch der Ton kann manuell gepegelt werden. Der direkte Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen ist über viele Tasten und Wahlräder möglich. Als Fotoprogramme bietet die Nikon D600 nicht nur die üblichen PASM-Modi, sondern auch zwei frei konfigurierbare Modi, einen Szenenmodus, eine Vollautomatik und ein Programm, bei dem der Blitz unterdrückt wird. Zusammen mit Akku und Speicherkarte und dem AFS Nikkor 24-85mm Objektiv bringt die Nikon D600 1308g auf die Waage. Zur Speicherung der Bilder und Videos sind zwei Speicherkartenslots vorhanden, die mit SD, SDHC oder SDXC Speicherkarten bestückt werden können. Neben diesem Einfühlungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie zum Beispiel Näheres zur Ausstattung, dem Bildstabilisator und der Bildqualität.